So, weiter kann es gehen in meinem Let's Play Obscure mit Nioboom36 und ich bin gespannt, was uns hinter dieser Tür erwartet. Okay, Munition für die Pistole, Munition für eine Filmrolle, Archiv23, Munition für die Pistole. Diese Fotos wurden beim Bau der Schule aufgenommen, überall unter uns im Keller. Okay, ich bitte eine Discounts zu speichern, dann raus. So, mehr können wir hier ja nicht machen. Das Rad haben wir jetzt eingesetzt und ich höre Geräusche. Klasse. Das heißt, neue Gegner. Aber ich meine, die ist der Gegner, die macht mir jetzt nicht so... Pff, was haben wir denn die für ein Lehrer? Also, ich habe gerade einen Keller entdeckt. Ich werde dort nach ihm suchen. Von der Aula aus kommt man dorthin. Aber ich habe keinen Schlüssel. Würden Sie ihn mir bitte geben? Eigentlich darf ich nicht, aber egal. Hier. Danke. Hey, nicht weggehen! Okay. Select. Äh, okay. Das heißt, ich muss zum Parken und dort dann zu dieser Tür gehen, die verschlossen war. Okay. Er ist gebombt. Also, bitte. Also, diese Lehrer werden wir echt immer unsympathischer. Echt jetzt. Ich meine, was sind das für Lehrer? Hallo? Darf ich mitkommen? Nein! Jeder andere Lehrer hätte einen mitgenommen. Also... Vor allem, wenn hier Monster rumlaufen. Also, wirklich. Wo laufe ich hin? Wo laufe ich hin? Ich bin so doof. Ich wollte zum Parken und ich laufe weg. Ab wir ins Gefallungsgebäude. Und hoffentlich finden wir Kenny heil. Okay. Wir müssen auf jeden Fall... Hier hin? Oder? Nein. Oh, da kommen wir aber nicht mehr lang. Dann bleibt es eigentlich nur noch dieser Weg hier. Warum laufst du vor mir? Okay, jetzt sind wir wieder am Parken. Gut, 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 gut. Jetzt müssen wir nur noch... Was soll denn der Witz jetzt? Ah, toll. Ha, ha, ha. Ich hätte ja gleich so rumlaufen können. Egal. Und... Weiter geradeaus, einfach. Dummdi-dum-di-dum. Also, manchmal... In manchen Spielen, wenn du keine Katze hast, dann bist du einfach aufgeschmissen. Aber zum Beispiel, in manchen Spielen braucht man einfach keine Katze, weil das ist unlogisch. Denn in manchen Spielen ist es so offensichtlich, was, wo man hin muss. Was man dafür braucht. Hm. Was erwartet uns? Wahrscheinlich Monster. Oh, eine CD ist zum Speichern. Mit einer Disc kannst du speichern, wenn du willst. Aber erst im nächsten... Aber erst, wenn das Video vorbei ist. Menschlich, Pflanzig, Symbol... Symbol, 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 Symbol oder die Kunst der Natur zu kennen. Hier auch wieder... Klebeband? Ah, das muss ich mal meiner Kollegin geben. Wer ist denn da? Was denn? Was hast du, Josh? Herbert sieht auf diesen alten Fotos genauso aus wie heute. Ist er ein Zombie? Okay. Wie zum Beispiel da vorne, dieser komische Stuhl? Es scheint so alt zu sein wie die Schule. Ein Foto von Friedman aus dem Jahr 1902. Unmöglich. Ich finde das von Lern bei einer Konferenz. Okay. Gruselig. Muss ich ehrlich zugeben. Ähm. Äpf. Okay. Lieber als alle, ist das Wissen, dass da oben so blinkt. Was ist das? Was ist das? Äh, wahrscheinlich ein Brett oder so? Holzbrett, ja. Kommen wir das auch noch mit? Äpf. Was ist das hier? Scheiße, ich schalte dafür, dass man viel zu Herzen hat. Okay. Das ist Klebeband. Und? Achso. Nichts mehr. Da liegt ein Erste-Hilfe-Kasten. Den holen wir uns später. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hier gibt's nichts mehr für uns. Nicht mal das Brett. Reicht hier eins. Achso, hier können wir also auch durch. Und was ist denn los, dass wir halt knacken können? Okay. Okay. Das ist ein Bücherregal für Romeo und Julia. Okay. Motion für die Pistole. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hier gibt's nichts mehr für uns. Für Ihre Sicherheit steigen Sie in den Lift nur mit aktiver Sicherung. Das ist eine Leiter. Sicherung deaktiviert. Sicherung. Aktiviert. Ah, Sicherung deaktiviert. Okay. Nein. Aber hier kann ich hoch, oder? Was bringt mir jetzt die Falltür? Dort oben ist verschlossen. Okay. Okay, aber... Jetzt hab ich zwei Schlösser zum Auswahl. Toll. Gratulation. Nein, wir machen zuerst das andere Schloss. Denn es ist meistens so, dass im Schloss dann was Wichtiges drin ist. Josh, äh, Stan, meint die, wollte ich sagen. Cool. Ich habe das Schloss geknackt. Was der alles cool findet. Und dann jetzt das kannst du speichern, wenn du willst. Munition. Abgeschlossen. Toll. Bin ich hier? Mach das. Cool. Ich habe das Schloss geknackt. Okay. Ja. Ah, jetzt sind wir hier. Klasse. Gut. Ich würde auch sagen... Wir schauen mal auf die Karte. Äh, bringt mir viel. Ich würde sagen, wir... Nein. Ich würde sagen, wir speichern hier. Und zwar hier. Und zwar hier. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Vielen Dank.